Ja, herzlichen Glückwunsch Zilber und Gesamt-Weltcup-Sieg. Habt ihr damit vor der Saison gerechnet? Auf gar keinen Fall. Also mit einem Weltcup-Gesamtsieg haben wir definitiv nicht gerechnet. Und ja, sind auch erstmal richtig froh, dass es natürlich nach der Kleinwood-Meisterschaft für uns beide in den Doppelzweier ging. Und dass es auch so direkt von Anhieb funktioniert hat, hat uns natürlich richtig glücklich gemacht. Wie ist jetzt das Rennen heute gelaufen? Bis kurz vor Schluss lag ihr noch knapp in Führung. Dann kam der Endsport der Polen. Seid ihr trotzdem zufrieden? Also absolut. Also wir sind heute für uns wirklich ein super Rennen gefahren. Also gesundheitlich bedingt sind wir nicht so gut in die Regatta reingestartet. Wir hatten einen schlechten Vorlauf, ein mittelgutes Halbfinale und wir haben uns wirklich noch mal richtig gesteigert jetzt zum Finale. Und wir können hoch zufrieden sein mit unserem Rennen, was wir jetzt hier geleistet haben. Und wir wissen auf jeden Fall, dass wir noch Potenzial haben und dass da noch eine Menge möglich ist, auch Richtung WM. Ich wollte die WM gerade ansprechen. Also eigentlich stehen die Zeichen ja auf WM-Medaille. Ist das auch jetzt das Ziel? Das Ziel auf jeden Fall. Natürlich. Also ich meine, wer sich dieses Ziel nicht setzt, der braucht es gar nicht da hinzufahren. Ich meine, wir haben jetzt den Gesamtweltcup auch gewonnen. Wir haben immer eine Medaille geholt auf jedem Weltcup. Und natürlich, das Ziel ist es da, auch wieder eine Medaille zu holen. Wie geht es jetzt in den nächsten Wochen weiter für euch? Wir werden jetzt erst mal ein langes Trainingslager in Österreich machen und jetzt aber erst mal nach diesem Wochenende erst mal Regeneration, ein bisschen Heimaturlaub. Und dann starten wir noch mal richtig und arbeiten noch mal richtig hart an uns, dass wir auch unsere Ziele erreichen können. Vielen Dank. Gerne.